Herzlich Willkommen zurück, es geht weiter mit Arthas Mission Malganis zu jagen und das passiert im Kapitel 8 Unstimmigkeit. Früh am nächsten Morgen in Arthas neuem Stützpunkt. Vergebt mir Botschafter, aber der Prinz ist unterwegs. Was führt euch an diesen entlegenen Ort? Durch königliches Edikt sollen eure Männer sofort nach Lordaeron zurückkehren. Lord Uta hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten. Wir bahnen uns den Weg durch den Waldmänner. Käpt'n, warum sind die Wachen nicht auf ihren Posten? Äh, Milord, euer Vater ließ die Truppen auf Geheiß von Lord Uta abziehen. Uta hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger kann ich Malgarnis niemals besiegen! Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, Freund? Bis auf die Balken verbrannt! Niemand kehrt heim, bis unsere Arbeit hier getan ist! Gut, fünf, ne, die Boote verbrennen. Fünf Schiffe zerstören, bevor die Zeit abgelaufen ist. Und ich habe, okay, 25 Minuten, sonst habe ich auch nichts. Mehr Männer, um uns durch die Untoten zu kämpfen. Ich bin hier oben durch einige Seltner-Lager gekommen. Vielleicht können wir ein paar Seltner anheuern. Stärke. Wo wollt ihr uns haben? So, ich trenne die jetzt mal. Oh, machen wir mal so. Was hat er hier? Oh, der ist gut. Der habe ich noch nie benutzt, so richtig. Der, wie heißt der? Bronzebad? Bronzebad? Okay, bronzebiert. Wo wollt ihr uns haben? Oh, vorderster Fronten möchte ich euch haben. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Oh, da haben wir nicht einen Geisterturm. Wo wollt ihr uns haben? Ich stehe für das nicht. Und wir machen. So. Gott sei Dank. Oh, oh, oh. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Weg mit hier. Ich bin bereit. Und für Gefahr? Für meinen Vater, den König. Die zwei, können wir uns nicht um die Geister tun? Arthas. Ich stehe für das Licht. Ja. Ah, Mana-Tron. Zeigt uns ein Ziel. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja? Verkrüppeln. Äh, ist verkrüppelt. Bewegungstempo, Angriffsrat und Schadenspunkte sind reduziert. Das Licht ist meine Stärke. Okay. Ich stehe für das Licht. Das machen wir doch mit links. Zeigt uns ein Ziel. Das wird ein bisschen dauern, bis er hier ist. Gehen wir kämpfen. Arthas. Ich stehe für das Licht. Im Söldnerlager. Das Licht ist meine Stärke. Verflucht sei Uta, dass er mich dazu zwingt. Ah. In einem Söldnerlager können der Armee des Spielers neue Einheiten zugefügt werden. So. Was haben wir denn hier? Leichte Zanzkampfeinheit. Priester der heilenden Magie. Standardkrieger der Org-Legion. Okay. Aha. So Geld kriege ich mal. Ich töte für euch. Oh. Der ist gut. Dann nehme ich noch einen. Ich stehe für das Licht. Die sind sehr gut. Was ist hier noch? Standardkrieger. Oh. Kostet 940. Ich lasse den. Ah. Ich packe euch mal auf drei. Ich glaube, ich nehme noch zwei Eistrolle. So. Jetzt schauen wir weiter nach. Okay. Hier bleibt ein bisschen hinten. Oh, da ist noch ein Geisterturm. Coolbleib. Ich stehe für das Licht. Wartet. Vorsicht. Ich möchte hier nicht allzu verrückt durchdrehen. Ah. Es gibt ja was hin. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Ah. Ne. Eine für drei. Oh. Doch. Klar. Zwei. Ich stehe für das Licht. Die beiden bleiben jetzt hier. So. Die beiden. Ich stehe für das Licht. Bleibt mal hier. Bleibt mal hier. Ah. Ich stehe für das Licht. Das ist aber auch ein Ding hier. Die hinzukriegen. Besteht etwa Gefahren. Jetzt wollen wir mal schauen. Da ist noch ein Geisterturm. Zeigt uns ein Ziel. Mein Mörsertrupp. Was ihr wollt. Ich stehe für das Licht. So. Für die Erde. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Warte. Warte. Okay. Äh. Sturmschlagfähigkeiten. Okay. Cool bleiben. Oh. Oh. Ich bin bereit und warte. Das Licht ist meine Stärke. Cool bleiben. Ich habe nur einen Priester. Okay. Dann machen wir so. Du rennst mal zurück. Hallo. Und das Schiff macht ihr beide mal kaputt. So. Ich stehe für das Licht. Ne. Was geht ab? Du gehst hier hin zurück. Weil ich habe jetzt keine Eispriester mehr. Und die sind ganz, ganz gut. Aber es sind immer noch Schiffe übrig. Ich töte für euch. Okay. Na. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da. Es besteht etwas Gefahren. Oh. Ich bin bereit und warte. Ah. Was ist das denn gut? Keep es gut. Passive Sachen finde ich immer ganz gut. Da muss ich nichts aktiv machen. Wie die Namen schon sind. Und gut. Eine Veräulung ist nicht nötig. Die Dreieinheit bleibt ein bisschen zurück. Das sehen wir ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Ja. Jetzt wollen wir schauen. Wo lang? Ah. Da kommen wir nicht lang. Oh. Ich stehe für das Licht. Die Dreier bleiben hinten. Zeigt uns ein Ziel. Das Licht ist meine Stärke. Geht das? Mist. Gehen wir ergänzen. Verdammt. Verdammt. Aber das kriegen wir hin. Das ist. Na. Da ist noch was. Ich mach sie eiskalt. Ne. Was geht ab? Eine Veräulung ist nicht nötig. Das zeigt uns ein Ziel. Das Licht ist meine Stärke. Ganz gut schlagen. Keine Einheiten verloren. Das ist immer gut. Gehen wir gefahren. Und wir machen uns weiter auf dem Weg. Oh. Zeigt uns ein Ziel. Was ihr wollt. Ich stehe für das Licht. Und Angriff. Ich spürt meinen Zorn. Oh. Wo wollt ihr uns haben? Das ist jetzt ein bisschen hart. Das ist voll der Hammer. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Mal schauen. Zwei, drei. Besteht etwa Gefahr? Einer meiner Eistrollen. Sie geht's nicht. Ganz gut. Hallo. Ich stehe für das Licht. Und sonst sollten wir das alle hinkriegen, denke ich mal. Oh. Zwei Skelette. Warum auch immer. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Äh. Wir machen das auch lieber mal kaputt. Wer weiß. Wer weiß. Das Licht ist meine Stärke. Hm. Ah. Wo wollt ihr uns haben? Da ist noch einer. Ich stehe für das Licht. Ich hoffe, dass bald jetzt irgendwie... Da ist noch ein solchen Anlager. Gehen wir nochmal hin. Das Licht ist meine Stärke. Oh. Ah. Die sind nicht ganz so schlimm. Die kriegen wir hin. Zeigt uns ein Ziel. So. Was haben wir hier? Eistrollbeserker. Mittlere Distanzkampfeinheit. Zauberkundiger Krieger der Orga-Legion. Kann den Zauberkampf. Der ist gut. Der knut gut. Zeit zum Kratten. Cool bleiben. Hä? Besteht etwa Gefahr? Hm. Nur mach schon. Wo wollt ihr uns haben? Das Licht ist meine Stärke. Gehen wir in Fänzen. Was ihr wollt? Die dreien mal hinten bleiben. Schön. Ah. Das ist kein Problem wären hier. Zeigt uns ein Ziel. Ich stehe für das Licht. Da. Ich denke mal, da muss ich mir keine Sorgen machen. Jetzt. Ah. Das ist eine Verbeugung ist nicht möglich. Ah. Das ist klar. Ich stehe für das Licht. Ah. Das hast du gerade noch neue Stufe aufgestiegen. Das Licht ist meine Stärke. Alles ganz gut noch. Mana Stein. Okay. Nächstes Schiff ist dort. Wir müssen da lang. Ich stehe für das Licht. Also ab geht's. Ich stehe für das Licht. Gehen wir kämpfen. Genau. Das Licht ist meine Stärke. Drei Schiffe brauche ich noch. 15 Minuten. Ja, 16 Minuten habe ich noch. Besteht etwa Gefahr? Gehen wir sie wollen. Um einen Pfad zu schaffen, müssen die Mörsertrupps die Bäume angreifen. Äh, gut. Ah. Zeigt uns ein Ziel. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Was ist, wenn ich keine Mörsertrupps mehr hätte? Geht das? Muss gehen. Ich auch. Na. Krieg das hin. Das machen wir noch mit links. Hier nochmal. Komm schon, kurzer. Sind unterwegs. Das machen wir noch mit links. Den auch. Oh, da ist noch mehr Kapuzen machen. Wo wollt ihr uns raten? Muss gehen. Ich auch. Äh. Also in Ordnung. Ich hoffe mal, dass da nichts weiter ist. Ich habe jetzt keine Lust, meine ganzen Einheiten zu holen. Auf der anderen Seite, glaube ich. Cool bleiben. Geh mal so ein bisschen nach oben. Was siehst du? Ich gehe. Jetzt Randalier-Kobulde. Hm. Äh, warte. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Hallo! Sion 3 gehen da hin. Arthas. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Wir müssen erst mal Platz machen ein bisschen. Na. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Wo sollst du hierhin ein bisschen gucken? Was ihr wolle. Wir müssen weiter zurück. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Ich hatte gedacht, das wäre es gewesen. Aber Randalier-Kobulde brauche ich jetzt eigentlich nicht. Da habe ich mehr Probleme. Ich bräuchte, glaube ich, wohl Distanz-Einheiten nun. Das sind jetzt ein paar Drachen. Was gibt es hier? Tolle Fallensteller, mittlere Nahkampfeinheiten. Äh. Oh ja, den nehme ich auch. Ich töte für euch. Großer, brutaler Krieger der Oger-Legion. Lass knacken. Hohl bleiben. Mittlere Nahkampfeinheiten. Auf der anderen Seite. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich habe noch genug. Guck mal. Das Licht ist meine Stärke. Zeit zum Krabben! Ich tötete für euch. Eine Verbeugung ist nicht nötig. So. Habe ich die? Keine Ahnung. Besteht etwas Gefahr? Gut. Jetzt hoffe ich mal, dass ich... Ich habe nicht viele Distanz-Einheiten. Ich hoffe mal, dass ich die damit... Ein solider Plan. Einige Söldner. Okay, welche Söldner? Da. Jawohl. Moment, kriegen wir den Blatt. Oh Gott. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Gott sei Dank. Wo ist denn mein... Besteht etwa Gefahr? Ha. Hier geht es weiter. Ich stehe für das Licht. Jetzt habe ich noch das komplette Inventar hier. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was ist noch hier Schönes zu machen? Wo wollt ihr uns haben? Hoppala. Das Licht ist meine Stärke. Das Licht ist meine Stärke. Randallier-Kurbel hätte ich jetzt fast gesagt. Wo wollt ihr uns haben? Cool bleiben. Das machen wir doch mit links. So, dann... Hallo. Fangen wir mal hier an. Was ihr wolle. Wo wollt ihr uns haben? Immer mobil. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Wo wollt ihr uns haben? Das war eine Scheiß-Idee. Ich gehe. Zeigt uns ein Ziel. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemein. Hab ich nicht. Ich brauche Arthas. Besteht etwa Gefahr? Oh Quatsch. Was macht du jetzt wieder hier? Ich stehe für das Licht. Okay. Ich stehe für das Licht. Ich denke, ich hoffe, dass ich so... Für die Ehre. Gehen wir kämpfen. Ich hoffe, dass es so klappt und wird. Keine Verbeugung ist nicht nötig. Arthas. Ich stehe für das Licht. Ich brauche dich. Ja. Besteht etwa Gefahr? Wo wollt ihr uns haben? Ich hoffe, dass es so klappen wird. Vielleicht bin ich auch ein bisschen... Ich stehe für das Licht. Was ich gerade mache. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Wir sind jetzt ein bisschen bekloppt hier. Die laufen jetzt hin und her, hin und her, hin und her. Okay. Es ist nicht leicht, ein Prinz zu sein. Ich weiß, ich weiß. Es ist wirklich nicht leicht, ein Prinz zu sein. Lass knacken. Habe ich nicht noch einen dritten gehabt? Cool bleiben. Ne, hatte ich gar nicht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Bleib auf Position. Was ihr wollt. Ich stehe für das Licht. Ich brauche dich gleich. Natürlich. Kannst du schon mal machen. Ich hoffe, dass das sollte klappen. Kommt schon. Wo wollt ihr uns haben? Dieser Kampf ist vorbei. Meine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe für das Licht. Okay. Du genau aufpasst. Oh. Arthas. Besteht etwa Gefahr? Meine Güte. Wir ignorieren das jetzt erstmal. Hast du mich gehört? Wir ignorieren das erstmal. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Es geht jetzt erstmal nur darum, die ganzen Türme hier. Ich stehe für das Licht. Du bist schon gut geschützt. Also du machst, ich mache mir keine Sorgen um Arthas. Zeigt uns ein Ziel. Genau. Besteht etwa Gefahr? Ich glaube, das ist wirklich, wirklich schwachsinnig, was ich hier mache. Aber sonst. Wohlbleib. Das ist keine gute Idee, was ihr hier macht. Ihr beide. Wird auch ein bisschen bekloppt. Was habe ich denn eigentlich da noch? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Wie viele sind es noch? Jetzt gibt es keine Rettung mehr. Noch zwei Stück. Okay, werde ich einfach so lassen. Das ist in Ordnung. Bleibt einfach so stehen. Das ist alles in Ordnung. Super. Den werde ich an der Tür heilen. Ich stehe für das Licht. Da ist noch einer. So, habe ich alles gut im Überblick. Genau. Arthas ist gut geschützt. Dem kann in der Türme nicht so wirklich was anhaben. Ja, seht ihr? Das ist gut. Ja gut, jetzt rennt er ein bisschen hin und her. Aber naja. Na ja. Ich stehe für das Licht. Ja. Da ist der Letzte. Für meinen Vater den König. Hoffe ich, oder? Jawohl, das ist der Letzte. So. Einfach nur noch alle durchbringen. Und dann sollten wir zu den nächsten Schiffen geschafft haben. Ja, greif Arthas an. Das ist, das ist super. Das ist super. Der hält viel aus. Ich glaube, ich habe auch noch... Ne, Heildrink habe ich gar nicht. Nur Mana-Trank. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich selber heilen kann. Ich stehe für das Licht. So. Die zwei greifen hier an. Alle jetzt die ganze Karawane hier rüber. Acht Minuten habe ich nur. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Gucke mal einfach. Es bleibt nur noch ein Schiff. Okay. Ich habe eine Idee. Ich mache mal folgendes. Für die Ehre. Ja. Jetzt warten wir einfach mal. Okay. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. So, warte. Ja. Der sollte jetzt auch hin sein. Wunderbar. Das Licht ist meine Stärke. Ich weiß gar nicht. Die Skelette... Halten die was aus? Ich weiß gar nicht, ob die bleiben oder... Ob die irgendwann... Das zeitliche Wacken sind sie bleiben. Aber das Gute ist zumindest jetzt... Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. ...dass hier keine weiteren Priester mehr sind. Ja. Also nochmal zwei. Scheiße. Besteht etwa Gefahr? Natürlich. Gehen wir Kämpfer. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Genau aufpassen. Das Licht ist meine Stärke. Ja. Das ist aber ganz schön brutal. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Sonst sieht aber alles noch ganz gut aus. Alle leben noch. Ah, sehr schön. Das haben wir auch gut hingekriegt. Ich glaube, das können wir in Ruhe lassen. Verbeugung ist nicht nötig. Das geht hier echt nur noch um die ganze... Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Oh, jetzt ist es. Ich stehe für das Licht. Wo wollt ihr uns haben? Das machen wir doch mit Linken. Das Ding doch. Das Licht ist mein Ende. Ey, ich hochkomme. Ein solider Plan. Oh, Gott sei Dank. Es steht etwa Gefahr. So, wen knallt doch? In den hier. Ich habe überlegt, ob ich jetzt einen von denen hier nehme. Aber es ist besser, wenn ich meine eigenen Leute dann teile. Wunderbar. Ja, alle leben. Oh, das war jetzt eine schlechte Idee. Ich stehe für das Licht. Ah, Gott sei Dank. Den habe ich auch durchgebracht. Das Licht ist meine Stärke. Okay. Ich habe noch fünf Minuten. Es steht etwa Gefahr. Aber da ist auch schon das letzte Schiff. Gehen wir kämpfen. Ja, und damit sollten wir, glaube ich, die Mission erledigt haben. Opa. Oder? Na, Gott sei Dank. Ich dachte, das Schiff war grün und auch dieser Friedhof war grün. Ich dachte, ich hätte noch einen vergessen. Zeigst du uns ein Ziel. Kannst du von dir auch nicht schießen? Kommt schon. Alle Boote verbrannt. Niemand kann mehr nach Hause. Prinz Arthas. Rasch, meine Krieger. Diese mordlösternden Kreaturen haben unsere Schiffe verbrannt und unsere Heimkehr vereitelt. Tötet sie alle im Namen von Lordaeron. Verdammte Bestien. Tötet sie alle. Unsere Schiffe zerstört. Was sollen wir jetzt machen? Hört mir zu. Hört alle zu. Für uns gibt es keinen Weg nach Hause. Es sei denn durch Sieg. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Kehrt jetzt zum Stützpunkt zurück und bemannt die Posten. Ja, jetzt haben wir gesehen, dass man Arthas nicht trauen sollte. Hat erstmal ein paar Söldner angeheuert. Die haben selber erledigt. Und dann noch die ganzen Schiffe verbrannt. Das ist alles auf die armen Söldner geschoben. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht es dann weiter. Das sollte dann auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die allerletzte Mission in der Menschenkampagne sein. Also bis dann.